der eine das game wird die warum das sehe ich jetzt schon warum die sind alle unter level 30 ja ich auch ja aber alle außer ich okay herzlich willkommen zurück zuletzt play league of legends ich hatte gerade schon eine kleine diskussion gehabt in dem chat und da hat sich herausgestellt wenn ich sack dann swallouts der liebe glaube brink ward oder mikes ja der mikes wahrscheinlich so möchte gar ein pro spieler meint mich zurechtweisen zu müssen so der flame ich sage nur eins ich bin schlecht in diesem spiel ach ja weißt du was ich jetzt feiern würde wenn der mikes jetzt öfter stirbt als ich und am schluss weniger kills hat als ich das könnte gut passieren wobei nee kann eigentlich nicht kann eigentlich nicht aber ich würde feiern ja ich komme auf jeden fall mal das öfteren hoch ne ja warte mal was haben die jetzt als jungle und gragas welches level ist der du kannst das sehen auf einer seite kann ich dir gleich auch eben schicken mhm hey kevin hättest du bock gleich auf einen random live stream nein warum 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 minecraft nicht leech of legend nein danke na ok hättest du mich mal eben da ja wir machen genau nippee oh der ist level 21 der könnte ruhen haben wir suchen wir suchen wir suchen in der klub der beschwörer ach wir sind direkt den ersten buff holen dann ne ja und dann renne ich direkt rüber ich kann doch nicht mal das englisch hoffentlich hatte dir keinen natürlichen tod eingeplant ich spreche sind so doof von meinem schäm hier ne hör mal wo ich darüber nachdenke wollte ich immer schon ein bäcker werden ein bäcker geil bester spruch die Vasallen sind erschienen die Vasallen sind erschienen die Vasallen sind erschienen glaubt diese leute sind sind vierjährige warte ja die kommen immer so plötzlich nicht klauen geh auf den hier auf den hier gehen so jetzt kannst du weggehen geh auf deine lane ja ganz schön ach ja kitties ey ja 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 Du musst die wirklich als letztes anhitten. Ja. Das wird etwas kitzeln. So, ich komme eben hoch. Geh drauf. Da kommt der weg. Geh nicht weiter rein. Ja, ja, jetzt lag mir. Ja, jetzt lag mir. Ja, jetzt lag mir. Ja, jetzt lag mir. Worauf willst du denn aus? Ach komm, du hast doch gar keinen Bock mir zu folgen. So, wo ist das? Da. Ganz ruhig, Partner. Ein Gegner wurde getötet. Äh... Das läuft schon irgendwie. Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut. Hat der meinen Red Buff? Nee. Der will sich meinen jetzt holen. Das ist ein Schükser. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, muss aufpassen. Der... Der Draht jetzt richtig rein. Ja, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Da taust du in die Tastatur, Alter. Ich habe keine Zeit. Das hat seinen Grund. Nennen sie sich passiv-aggressiv. Ne, ich bin nicht aggressiv. Ich spiele immer so. Ne, ich bin nicht aggressiv. Ah, das wollte ich nicht machen. Scheiß drauf. Lass uns unseren Turm an. Rupfen wir ein Hühnchen? So. Nice, Fiff. Nice. Oh shit. Schitz haut der rein. Der haut die ganze Zeit schon rein. Ein Outer-Attack. Komm. Greif den an. LOL Das hab ich nicht gewusst Dass man die Leute nicht sehen kann Wenn die im Gras verschwinden Jetzt weißt du es Ja Das kann ich dann auch selbst verwenden Und scheiß ey Der hätte schön viele Coins bekommen Durch das ich so verreckt bin Du hast auch einen relativ geringen Farm Muss ich dazu sagen Einen geringen was Geringen Farm Du musst die Minions wirklich last hitten Oh shit das konnte ich schon wieder Warte ich komm jetzt auch Warte warte hier rein Da pisst der sich Was ein Opfer Oh shit das sieht aus Ne Aber nicht Dann hau ich einmal Pfeil rein und dann warte für den Was ist das denn für eine Ash Doch Missed Ja jetzt würde ich zusehen dass du da wegkommst Bin dabei Der ist schneller als ich Ja durch seine Kuh Der hat den Break gemacht Hatte den in meinen Nebel gelockt So konnte ich noch abhauen Welche Geistesblitze Welche Geistesblitze Ich habe keine Zeit für Spielchen Ich habe keine Zeit für Spielchen Ich glaube ich stehe aus unserem Team am besten oder? Ich habe keine Zeit für Spielchen Ich habe keine Zeit für Stürme. 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 Ich bin schon bei dem Turm. Ich habe keine Zeit für Stürme. 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 lol ich stehe so genial nächstes item ja der kam hoch blei was war der gerade dumm schmeiß dem so ne kugel hin muss ich aufladen muss ich aufladen muss ich aufladen ja dann halt rache ist süß rache ist ludwurst kann das sein ich wäre so doof lol dieses item und so an mir liegt es nämlich dass wir jetzt so verkacken weiß ist die schuld ruhig auf mich naja ein post nicht gut verteidigen und auf die und auf die nami ich hatte meinen posten aber auch nicht gut verteidigen wow was sind die alle schlecht hat der gragas einen blubuff? nee hat er nicht außerdem ist er gerade weggerannt naja eine sache muss ich dir lassen du bringst mich zum ep farmen wieso das denn? weil ich mir einen champion holen will und ich zu faul bin eigentlich um normals zu machen das ist mein ernst gegen bots ist angenehmer naja ranket ist noch schlimmer er ist ranket nicht ranket nee es heißt ranket nein seid ihr denn alle wirklich so blöd oder einfach nur blind? waren es unsere teammates? ja ich geh drauf die kriegen gar nichts mit boah ey solche leute liebe ich ja ja der wird nicht weit kommen ein gegner wurde getötet ein gegner wurde getötet ja ich bin jetzt schon auf dem weg geht dann das haben wir jetzt einen kleinen buff gegeben das finde ich gut einen kleinen? was hast du denn bekommen? ne ich meine 500 golds das haben wir jetzt einen kleinen boost gegeben da kann ich mir direkt wieder nächste stufe holen ja na denn für die phantom dinger da ich hab jetzt echt keinen boah du machst gleich mal eben die toplane leer ich räume in der zeit mal eben die tower aus dem weg mach ich jetzt weil wir wenigstens noch eine chance haben zu gewinnen jetzt habe ich angestempo lauftempo und kritisch das hilft mir schon mal ja erster fahr und abgepeilt in der mitte achso ja ok ich bist du wer rennt den wohl gerade weg der hier essen ach noch übertreiben niklas ja ne bei dem muss ich übertreiben ja ok hast auch recht wo kommt der denn her? der kam von der mitte der kam von der mitte what the fuck ja das war dein fehler dein tod und alles andere also hier kann ich die videolänge nicht kürzer machen hier war ich mit absicht alles drin das ist ja wäre auch sinnvoll eigentlich das schneide ich nicht zusammen so wir beide werden jetzt die toplane durchrennen ok der kommt auf uns zu naja warte bis ich da bin das reicht schon drück einfach auf nein ich weiß auch nicht warum wir aufgeben sollten kein weg den klick schon nicht kein weg ich hätte sowieso keine chance weg zu rennen wer hat sie doppelt die doppelte die doppelte die doppelte die doppelte Scheint mir aber ein lustiger Sham zu sein, ich werde Gämpfer. Garen, wenn man ihn kann, ja. Bei dem muss man auf Tank und Schaden gehen, ne? Ich muss dem Vater sagen, der muss leiser sein, der ist auf YouTube jetzt. Hört man den? Ja. Ja, der hört sich gerade ein bisschen aus. Ja, ne, wo kamen die denn jetzt auf einmal beide her? Boah. Shit. Okay, dann mache ich das als erstes. Der Verbündeter wurde getötet. Worauf willst du hinaus? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Gegnerische Doppeltötung. Yay. Oh shit. Und? Glücklich? Ich bin jetzt schonmal weg. Ne, das kann nur aufgehen. Die anderen haben so schöne Vorarbeit geleistet. Drück einfach auf Ja, das hat keinen Sinn mehr. Ist das sowieso 3 zu 2 dann? Ja. Okay. 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 Was? Hm? Wir haben noch 3 zu 1 für Aufgabe gestimmt. Nee, nee. Ja, doch. Hä? Läuft. Siehste? Ja. 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 wo kann man auf aufgabe drücken wo kann man denn einstellen und aufgeben aber das ist noch nicht verfügbar ich verstehe ich auch nicht warum die da nicht auf jahr gegangen sind weil die keine ahnung der gegner provoziert jetzt zurecht kann sich erlauben aber sogar ich jetzt erkannt dass wir keine chance mehr haben nein ja ich bin es nicht schuld ja wie gesagt ich fühle mich schuldig weil ich jetzt die top nicht so richtig verteidigen konnte ja und die mitte hat komplett versagt die bot lane hat am meisten versagt da stehst du sogar noch relativ gut guck mal auf dem scoreboard wie oft sind die gestorben ja eben also das ist mein kill den braucht ihr mir schon mal gar nicht klauen meine kills nicht euro so und jetzt rennen wir denen die base ein langsam mal wenn wir das noch hinkriegen dann haben wir eh gewonnen versuche dass die bots nicht zu uns kommen von oben die minien ah ja die minien tschuldigung ich sag mir ja bots weil die vom system gesteuert sind ja oh guck mal ein garen 30 angrippstempo oder angestanden und lebensraub ich glaube ich nehme erst angrippstempo aber wenn ich so mach ja na klar mach ich auch immer so jetzt habe ich schon mal angestanden und lebensraub schon mal etwas ich habe keine zeit für spiel nein du baskelst dir bitte keine klinge des gestürzten königs bitte nicht kauf dir lieber angriff geschwindigkeit als sicherer habe ich gerade gemacht die arbeit auf eine andere du kannst ja aus einer äh komponente mehrere gute waffen machen aus dem item da kann man soweit ich weiß nur eine sache machen willst du dir nein das machst du bitte auch nicht nein mach das bitte nicht tut das einfach nicht ich mach das einfach lass mich jetzt einfach in ruhe ich bin auch ein lob ich darf das Alter seid ihr einfach so blöd oder einfach nur so blind auch aber du 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 drängst nichts, was fieser ist als du selbst. Schon wieder, ey. Wieso könnte er jetzt besser weggehen? Wieso? Was für ein Sticher. Das ist scheiß Minions, ey. Wir werden nicht schon mit den Minions Probleme kriegen hier. Wie sollen wir deine Gegner besiegen? Und was für, wir kriegen Probleme mit den Minions? Ja, die sind hier verdammt noch am Lager und die können einen immer wieder zurückdringen, weil die jetzt diese guten Minions aufbekommen. Und? Wirklich? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ash, ich will ja nichts sagen, aber du bist jetzt tot. Mach mir als nächstes noch den Stachel. Für etwas anderes habe ich keinen Platz mehr im Inventar. War Mox. So. Dann als letztes brauche ich den Park des Staios. Mist. Ja stimmt, da hat der eigentlich recht. Ich brauche mehr in Bestimmigkeit. Er sagt Bye Bye Mundo. Bye Bye. ich jetzt aber nicht gedacht dass wir uns so lange halten ich habe vorsicht um jetzt ne, er könnte lieber nochmal drin und rauf gehen Geistesblitze Behalte deinen Kopf, Freunde Ja, die Gegner haben den Dreck gemacht Ist ja toll Ich glaube, das Vaulting-System ist verbuggt Ne, ne, das ist nicht verbuggt Das ist, weil einer von denen nicht angenommen hat Beziehungsweise, weil einer sich enthalten hat Der zählt dann quasi als eine Nein-Stunde Ach, müssen alle für die Aufgabe sein, damit es klappt Nein, mindestens vier Das ist jetzt Ja, das ist echt Ey, Karam, war die aus mir. Ja. 42 Stunden Aufnahme bis jetzt schon. Ich will nicht wissen, wie groß die ist. Stunden? Äh, Minuten meine ich. Nee, 45 Minuten Aufnahme. Ich hab ja die Wartezeit auch immer mit drin. Ach ja. Nee, das wird auch 48. So schnell kriegen wir den Tower nicht klein. Nee, ich doch meinen. Ja, doch. Oh, okay. Könnte doch so schnell gehen. Ja. Ah, die Türme sind jetzt alle weg. Ja. Scheiße. Was war das denn? War von mir da eingesetzt hast. Das war meine Old. Nice. Damit springen schon ganz zeitlich zu gehen. Ja, sehe ich jetzt aber zum ersten Mal. Jetzt können wir auch Nein drücken. Nein, wie könntest du mich denn noch mit den Farmen überholen? Ich wollte gerade sagen, die kommen sich jetzt garantiert entgegen. Wir sehen auch schon, wie wir hier auf die Zuge verstirmen kommen. Wie geht's? Ja. 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 Dann geht's. Ja. Ja. So, jetzt lüftet ihr eigentlich komplett Ja, wir haben so lange Wartezeit, ist nur einer da, das haben sie gewonnen Ja Wenn er sich wenigstens... Ja, okay, der portet sich zurück Ja, nur selbst dann noch Ja, komm Hauptsache, wir nehmen noch den einen Turm mit uns, ne? Ja Das ist bisher das längste Match, was ich hatte Echt? Ja Davor hat längst aber 43 Minuten Geht ja noch Ja, bis 2050 Leben und 1000 Mana Angriffstempo habe ich auf... Plus 50, plus 40, plus 10 Ja, genau, die haben Baron Scheiße Das ist unser Ender Ende Ender Ender, Drache So much genius, so much genius, Alter Okay, da kommen sie Ha, den habe ich noch mitgenommen Wie schnell greifst du an? Verdammt schnell So zack, 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 zack Geht so Oh ja Oh nein, endlich Ein Gegner ist nicht aufzuhalten Der ist erst mal verloren Ja Und davon noch mal in eine Norme Alter Ich bin aber bei weitem nicht so oft gestorben wie die anderen Ich glaube, jetzt bin ich am meisten gestorben, oder? Nee Läuft Sind die denn gestorben? Ich bin der King of the Minions Ja Mag schon mal vorkommen Eiei Dann danke fürs Zuschauen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Tschüss Tschüss